Seit hunderten von Jahren wird das Zeitreisegen in den Familien der Deweyé und Montrose weitervererbt. Aber erst seit kurzem ist klar, dass ich, Gwendoline Shepard, dieses Gen geerbt habe. Was suchen sie überhaupt? Antworten auf mindestens 1000 Fragen. Gideon, mein Zeitreisebegleiter. Besserwisser, Kampfmaschine, Herzensbrecher, klugscheißer, arroganter Kotzbrocken und dabei verdammt sexy. Warum habt ihr die Zeitmaschine gestohlen? Und warum seid ihr abgehauen? Um dich zu schützen. Schützen wovor? Igitt, könnt ihr mal aufhören mit dem Gesappern? Verschwinde! Verschwinden nicht? Die Loge ist mein Zuhause. Wir sind die Menschen, die mich am besten kennen. Wir sind die Elite, Gideon. Hast du vergessen, wer du bist? Du solltest uns mehr Vertrauen schenken. Überlass das Denkenwunsch. Wir werden euch leiden. Weißt du, was geschieht, wenn der Blutkreis im Chronographen geschlossen wird? Hallo? Die Zeitreisefreak am besten Freundin? Es ist vielleicht einfach verdammt schwer herauszufinden, wem man vertrauen kann. Mir kannst du vertrauen. Bereit? Bereit, wenn ihr seid. Es gibt nichts, das uns noch auffällt. Wendelin, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Auch dafür zu sterben? Vertrauen nicht! Es ist eine Falle! Du hast mir eine Falle gestellt. Das würde ich nie tun. Die Idee steht auf meiner Seite. Ach ja? Du musst herausfinden, wem du trauen kannst und wem nicht. Die Idee! Die Idee! Ja!